Okay, pass auf, ich find den Ruin in 3, 2, 1... Habt den Ruin! Ah, wer füttelt hier im Boden? Aber wenn da also hinten bitte keiner stehen, wo? Leut! Ja, was? Du got wrecked! Verteilen! Was war das denn jetzt? Das ist schwierig. Also nicht das auch ein Bildchen groß, denn to wait for mothers. Würde ich sagen, lass mir sein. Naja, ich würde dann auch schon meinen, du warmest nicht eklig, wenn du danach an Haley addest. Wir können ja auch einfach die Gilder auflösen und aufhören, ne? Alta, Anton, Mann, was ist los mit dir? Ich bin gar nicht push-up-tock, sorry. Schnauf mir so ne Dampf-Flock, Alta. Also, bei uns gibt's das Sprichwort. Wenn das Brot redet, haben die Bröse und Bause. Jetzt sind das Krümel und Kuchen. Krümel? Bei uns mit Krümel und Kuchen, ja. Nein, dann gibt's nicht mehr Brot. Was? Kuchen! Ja, Schaum! Also, lila stand falsch. Jens, 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 falsch. Weißt du, was witzig ist? Du warst ja schon zur SOO bei denen mit, ne? Ja. Und damals hatte ich ja noch sehr viel Kontakt zu Sinistro und so. Und die meinten auch schon damals immer, ja immer wenn du dabei bist, hat Sarah gute Laune. Ja, man hat immer gute Laune, wenn ich dabei bin, das seh ich doch an euch immer. Jaaaa... Achso, warte, die haben ja einen Demo-Hunter. Ja, ich wollte den da... Was ist... du Hurensohn! Du verkackter Drecksrusse! Geh sterben, such dir einen Strick! Nimm dir einen Strick, heißt das. Gib sie, Markus! Ich hasse diese Hurensohn-Klasse, man braucht keinen Skill! Nicht eine Taste muss er drücken! Der Klon! Ihr den drüben! Okay, ja, ich geh da jetzt drauf, ey. Ich geh da jetzt drauf, ist halt auch irgendwie relativ... Bist du auf Ecstasy, Mann? Wie soll ich dich heilen? Das ist nicht mein Problem, komm die drin! Das ist nicht mein Problem! Renn hinter die Säule, pass auf! Ich hab noch einen drin, ich zieh einen drin! Mach einfach, ich push dich! Ich push dich, kick ihn, kick ihn! Nice, nice, nice! Jetzt hat er zu sterben! So, danke! Easy Kill! Guck mal! Clean Kill, Freunde! Wieso Hurensohn-Klasse? Die Demon Hunter! Es braucht sie einfach niemand, ganz ehrlich! Markus, du musst immer so spielen, das war so unfassbar gut gerade! Der muss halt nur echt bis 1, 2, 3 Kartoffeln zählen können, und dann kriegt er schon seine 2K-Rating hinterher geworfen! Jetzt mal ehrlich! Bitte nimmt das einer auf! Das ist so, anyway, here's Wonderwall! Ja? Peng! Kannst du hoch! Der muss eine Gitarre falsch anfassen und panties droppen! Das ist... Nee! Kein Skill involved! Was?! Oh... Herrlich! Doch, mein Bruder! Definitiv! Degenerierte Mongoloidenscheiße Scheiße Scheiße Markus ey Ich bin enttäuscht Du lebst noch Fuck Ich dachte wir gönnen uns gleich Sex on the Bleach Aber Alter Gott Nein ich tank das Das kannst du nicht tanken Fuck No way Ein nützliches Legendary Es ist so weit Das ist Bullshit Es geht Nach dem Patch ist es das Beste Geht's jetzt Schweine man Wollen wir kurz als Fan of Knife nicht AOE Ja Geil Oh Brea fuck In der Regel In der Regel wäre das hier schon vorbei In der Regel haben Wikinger Unter der Regel hat Ha 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 Kannst du den mal erklären Markus den hab ich nicht verstehen Ich auch nicht ich hab keine Ahnung Das hat irgendwas mit Frauen zu tun das ist schon ein fremdes Gebiet Achso ja gut da will ich mich auch nicht rein wagen Naja Oh mein Gott meine 1 da ist rausgefallen oh mein Gott Wow Jetzt geht's wieder jetzt geht's wieder Hallo Hallo Jens Ich ja Deine Stromrechnung ist aber auch nicht sehr teuer oder Warum Weil du taco nach dem TS bist Toll kein zuhause Konfirmt Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Das ist ein Teil, wie der der am lauten sagt. Hat wenn ich Feuerlöscher dabei? Wie ein einfacher Spruch, dass der es zum Schreien bringt, ich liebe es. Okay Lucas, ich sag nix mehr gegen dich. Ist ja immer ganz cool, weißt du die Reaktion, wenn du im Pulli rumläufst? Wenn du dann in der Uni sitzt, weil warm tießen Pulli aus, gucken die Leute plötzlich ganz anders. Schon ganz lustig. Bei mir gucken die Leute dann, oh guck mal der ist unter und er hat, okay Afrikaner. Wow. Wasserbauch. Und das erste, was Jens hintankt ist. Hast du was gesoften gebildet oder was? Oh Gott, Jens tankt ihn zum ersten Mal, Leute. Yeah. Oh mein Gott. Meistens wissen es, da haben wir sogar noch zwei. Get set. Du Legendary. Was denn? Get set. Oh, das ist Legendary. Get set, Alter. Wow. Get set. Jawoll. Und? Es ist gut, es fehlt dir. Ich hab euch. Ich hab euch auf. Ich hab euch auf Med وبine dabei. wie schön jetzt in den Konserv statute. Ja.